ja morgen leute willkommen zurück zu einem neuen video wir sind hier gerade in albuquerque new mexico und wir haben noch eine kleine sehenswürdigkeit entdeckt auf google maps und zwar fahren wir heute an den original schauspielplatz von einem film den blende ich ein dann erkennt ihr es vielleicht eher und zwar heißt der film born to be wild saumäßig unterwegs mit john travolta tim allen vielleicht kennt ihr den ja die sind da in so einem kleinen kaff namens madrid und was will der jetzt und das schauen wir uns mal an bis denn so und hier sind wir nun in madrid auf der hauptstraße wo die wildhawks ihr finale hatten unter anderem mit dieser bikerbande und jetzt fahren wir rechts rein parken verboten aber hier ist das magi's diner auf diesem platz war auch dieser endkant den man vom film her kennt hier ist überall parken verboten es sind auch sehr viele leute hier sehr viele biker und sowas ob das gut geht eher nicht ja es ist ein bisserl verzwickt hier zu parken ist echt eine winzige kleinstadt das ist über stadt ist das übertrieben eigentlich wo wir umgedreht haben war ein parkplatz irgendwo muss man halt überall dann eine weile laufen und hier sieht man noch mal den platz wo am ende der showdown war mit den bikern und hier maggie steiner das die biker zerlegen wollten schauen wir mal rein das ist jetzt nur noch ein souvenir laden da finde ich aber bestimmt was so jetzt hier drin abend einer schaut es ja nicht mehr aus aber vielleicht kann man sich erinnern in der szene hier saßen die vier hinten im link schon travolta ist eigentlich nur noch ein souvenir laden was cool die nette verkäuferin hat gesagt hier gibt es viele leute von deutschland die hier einkaufen gehen was habe ich jetzt gekauft ich habe einen pulle gekauft zwei t-shirts magneten für den kühlschrank und zwei aufkleber für das auto hat sich gelohnt also für die besitzerin hier nein ich habe einen papierkram hast du ihn gelesen ich bin nicht ein hampelmann hör auf mich zu beleidigen geld ist nie das problem jetzt hör mir mal zu akzeptiert einfach den korrekten preis klar was hau ab tobi du machst mich krank zehn dollar sind nicht genug für so viel laub wird erwachsen tobi mac ins internet bitte befehl unbekannt ich suche nach einem alternativen text suche alternativen sex was auflistung nein ausschalten liebe auf dem bauernhof.de abbrechen spaßmetfrüchten.com super dosen werfen du glaubst wirklich du kannst das hol mir eis wow das ist es ein road trip ich krieg keinen urlaub kommt schon jungs bevor wir zu alt dafür sind das mit dem abschlagen muss ich noch üben nein das mit dem motorrad fahren musst du noch üben von touchstone pictures sie suchten das abenteuer was hast du getan ich habe ihren schuppen gesprengt ich weiß das war böse und machten eine reise die sie nie vergessen sollten sie ist perfekt ich wollte etwas witziges sagen aber mir fiel nur witze über schwarze ein immer raus damit das ist born to be wild was haben wir da vier fälle von unsinnlicher entblößung zwei fälle von unsüchtigem verhalten ein fall von purem neid hast du keine hosen an nein wie Untertitelung des ZDF für funk, 2017